herzlich willkommen bei mal ganz grundsätzlich pflege das ist heute unser thema und das ist eine live show ein gespräch mit sabrina hallo herzlich willkommen hallo andry schön dass ich da sein darf schön dass du zeit gefunden hast und wir haben auch hier vor ort roland der hat schon angefangen mit der live zeichnung hier hinter uns wird die projiziert und das hier ist auch gleichzeitig ein podcast das heißt alles was wir hier sagen und bequatschen werden wird aufgezeichnet und wird als podcast veröffentlicht mal ganz grundsätzlich pflege wird die folge heißen ja und alle die jetzt hier sind vor euch auf den tischen liegen zettel das heißt wenn ihr irgendwie eine frage zu irgendeinem thema haben wo wir im gespräch sind könnt ihr die gerne aufschreiben wenn wir nachher zeit haben dann können wir auch noch kurz so quatschen auf jeden fall aber wenn im gespräch irgendwie was aufkommt dann schreibt das kurz auf und reicht es mir hoch und ich werde das dann in unser gespräch einbauen wie gesagt nachher können wir auch noch ein bisschen miteinander quatschen aber so habt ein bisschen einfluss darauf wie das aussieht mit bestimmten dingen die ich vielleicht nicht frage in diesem moment genau ja und das thema pflege ich habe dich eingeladen weil du dich sehr sehr gut damit auskennst und wir verraten aber nicht warum du dich so gut damit auskennst sondern wir wollen eine allgemeine einführung geben alle die hier sind werden nachher erfahren wer du bist und was du machst und so und wir werden uns nachdem dieser abend gelaufen ist auch noch mal unter vier augen treffen und dann mal nur über dich quatschen was du so machst und projekte und wie das kommt dass sie sich gut so gut mit pflege auskennt genau wird nach der show quasi verraten wer du bist und jetzt würde ich ganz allgemein mal einsteigen was ist denn pflege genau da prickelt gleich unter der haut weil pflege an sich gibt es nicht also die pflege wie sie in der zeitung steht die pflege wie sie irgendwo dargestellt wird die gibt es in der form gar nicht das was man sich noch darunter vorgestellt hat was war früher im mittelalter oder in in kriegszeiten pflege oder was ist auch in anderen ländern pflege das ist gar nicht dass das ist das was es in deutschland in der reihenform gar nicht mehr gibt in deutschland ist es unglaublich vielschichtig breitband unterschiedlichste bildungsgrade pflege ist gar nicht pflege okay dann versuchen was mal aufzudröseln also wenn pflege gar nicht pflege ist welche einzelnen bereiche oder oder unter abschnitt oder wie könnte man das kategorisieren also ganz klar kann man sich pflege im krankenhaus vorstellen das nennt man stationäre pflege dann kann man sich ganz klar ambulante pflege vorstellen das sind die menschen die pflege kraft sind und zu leuten nach hause fahren in ganz unterschiedlich schweren krankheitsgraden oder auch sterbe situationen dann gibt es die angehörigen pflege also menschen die ihre oma ihre mutter ihren vater ihren bruder ihr kind pflegen das sind angehörige die pflegen sind auch pflegende ja ja stimmt dass das vergisst man irgendwie so naja ich kümmere mich um oma so ungefähr stimmt dann altenpflege würde mir jetzt noch altenpflege ist ein ganz spezieller kinder krankenpflege also kinder zu versorgen ist was ganz spezielles ja das ist so mal ganz grob gesehen alles was so und dann gibt es natürlich noch pflege und um bewegung politik pflegende trifft man in den krankenkassenpflegende trifft man den bei entscheidungsträgern okay das heißt der der oberbegriff pflege ist so vielschichtig aber die meisten menschen sind für nicht alle sachen sagen wir mal zugänglich weil wenn man pflege sagt dann denkt man an an das personal was im krankenhaus ihr werk tut quasi wenn man nicht noch sogar einen schritt weiter zurückgeht und an die aufopferungsvolle frau denkt die eben kranken und leidenden irgendwie linderung versucht zu verschaffen also das dann so eher das historische ich glaube historische wurde wurde unten wenig reflektiert übertragen auf das krankenhaus also das was damals irgendwie die frauen mit den sterbenden siechenden kranken gemacht hat das findet jetzt irgendwie im krankenhaus stadt also so ein bisschen noch ein etwas veraltetes bild aber wir haben 2019 und es hat sich sehr sehr viel getan das genau und jetzt würde ich dann gerne übergehen zum also dem rollen bild also du hast eben schon gesagt wie ist denn das selbstverständnis wenn es wenn es nicht wirklich die eine pflege gibt dann muss man das unterteilen als eigene identifikationsfigur wir sind altenpflegerinnen und altenpfleger wir sind ja wie nennt man das wenn im krankenhaus ist stationäre pflege stationäre ja okay wir machen stationäre pflege wir machen kinderkrankenpflege und so also dann gibt es für jeden einzelnen berufen rollen bild oder sind die dann doch noch weiter verbunden oder ist das sehr sehr abgegrenzt und ausdifferenziert ja traurigerweise hat auch die entwicklung das zugelassen dass durch diese differenzierung dass irgendwann gesagt wurde also ich lerne den beruf der kinderkrankenschwester dazu geführt dass auch ein total unterschiedliche rollenbilder sich entwickelt haben es gibt nämlich ein ganz ansehensverlust menschen die altenpflege machen sind nicht so gut angesehen haben ein sehr viel minderwertigeres rollenbild auch in der gesellschaft obwohl sie eigentlich viel autonomer arbeiten als im krankenhaus und kinderkrankenpflege hat also meinst du das aus dem aus der sichtweise der pflegenden oder ganz allgemein ich weiß nicht wo huhn und wo ei ist ob erst die gesellschaft das anders wahrgenommen hat und die pflegenden sich das angezogen haben oder ob die pflegenden sich sozusagen zuerst unter den teppich gekehrt haben und das dann von der gesellschaft so angenommen wurde aber so wird zum beispiel eine kinderkrankenschwester fühlt sich auch ein pflegende angehörige war ja es ist die es ist die 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 verpflichtung ich kann ja gar nichts anderes machen als meine meine mutter oder meinen vater pflegen als angehöriger habe ich keine habe ich keine andere wahl weil was ich komme vom dorf und dann würde ich sagen was würden die nachbarn sagen wenn ich die vernachlässige ja stimmt es gibt gar kein selbstbild von ich mache das also ja ich weiß gar nicht wie es wie es besser ausdrücken soll ich tue etwas in der richtung von von pflege und informiere mich da auch drüber wie ich das gut mache weil das ist ja auch bei angehörigen da geht es ja ganz ganz schnell dass man sich überlegt oder vom arzt gesagt kriegt oder wie auch immer dass man ein bisschen was dabei lernt aber ein selbstverständnis ja ich muss das machen das ist eher ein leidensdruck und dann hat es auch eine ist es eine frage der anerkennung das ist ja auch wieder wie wird pflege sowohl stationär ambulant als auch angehörige wie wird das wahrgenommen da wird auch gesagt oh man krass du versorgst jetzt hier deine demenz erkrankte mutter ich könnte es nicht und das ist ja das stimmt immer den anderen das wird ja auch den krankenschwestern im krankenhaus wie sie den ganzen tag rennen oder im seniorenheim wie sie das immer den ganzen tag machen ich könnte das nicht heißt das ich könnte das nicht weil weil sie so mega krass professionell sind oder heißt das ich könnte das nicht weil ich darauf auch gar keine lust hätte oder weil mir das viel zu eklig wäre oder weil mir das viel zu stressig wäre und angehörige finden sich nur in ganz 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 kleinen gruppen wieder in denen sie ihre professionalität austauschen und dann sind die schon wieder so extrem unterwegs dass es anstrengend ist ihnen zuzuhören okay das liegt ja dann auch größtenteils daran dass gerade bei angehörigen pflege man relativ allein gelassen wird weil es gibt nicht wirklich gibt es eine möglichkeit dass man sich helfen lassen kann oder dass man da dann sagen kann okay ich habe mich dazu entschlossen dass ich eine angehörige oder einen angehörigen pflege wie kann ich das irgendwie in einem abendkurs noch lernen oder also dass ich dass ich ein bisschen handwerks gibt es da überhaupt irgendwas ja das ist auch wiederholen und bringen also ganz klar kann ich sagen wenn der vater mit einem schlaganfall ins krankenhaus kommt dort akut versorgt wird dann noch mal eine frührehabilitation geht und dann feststeht so jetzt haben wir ihn bis hierher rehabilitiert viel mehr passiert jetzt nicht dann hat der angehörige bis zu dem zeitpunkt selten etwas angeboten bekommen im sinne von werden beschäftigen sie sich damit wahrscheinlich wird das und das nicht mehr erreicht werden da und da wird pflege benötigt werden das findet nicht statt das findet viel zu wenig statt das findet bestimmt statt aber es findet viel zu selten statt das heißt der zeitpunkt bis der angehörige dann entlassen werden soll ist ziemlich kurz und die wenigsten angehörigen fragen also das ist wieder dieses holen und bringen ich kann als angehöriger wenn ich merke dass mein angehöriger irreparable schäden hat oder schäden hat ich weiß ja noch nicht ob sie irreparable sind könnte ich natürlich auch fragen wie geht es denn weiter nach der reha wie geht es weiter also und dann ist man erstmal damit überfordert in dieser situation in der meisten situation und dann gibt es noch geschwister konstellation oder es gibt noch eine mutter also eine partnerin von dem betroffenen der auch die auch eine meinung hat und da wird sich selten damit auseinander gesetzt wie soll es denn weitergehen und dann ist der zeitpunkt von der tatsache das wird ohne hilfe nicht mehr gehen ziemlich kurz ja um sich damit zu beschäftigen was beantragen wir für ein pflegegrad war wo mache ich noch mal einen kurs das gibt es alles das gibt es alles tatsächlich und das wird auch bezahlt okay das ist pflegende angehörige werden in deutschland finanziell entlastet okay und haben auch die möglichkeit wenigstens die grundzüge von den erkenntnissen die wir so haben wie pflege professionell funktioniert sich das auch anzueignen ja okay das das wusste ich tatsächlich genau auch nicht aber genau deswegen machen wir dieses gespräch wenn es jetzt so ein bisschen wir haben gesagt es gibt diese verschiedenen berufsgruppen die alle unterschiedlich sind und auch eine andere wahrnehmung haben von der von der wertigkeit das heißt dann aber auch sie sind unterschiedlich untereinander organisiert weil so ich weiß dass die die stationäre pflege da ja ein bisschen voranschreitet mit wir müssen irgendwie was tun und es gab auch in der diskussion hat man vielleicht in nachrichten gehört pflegeklammer pflegeklammer wollte ich gerade schon sagen pflegekammer ja nein betrifft das dann nur die stationäre pflege oder sind damit an alle gemeint oder wie wie sieht das dann mit mit gibt es im berufsverband altenpfleger innen oder also das ist genau das was ich meine das ist wahnsinn wie unterschiedlich sich alle auch aufstellen und aufstellen lassen denn stationäre pflege ist natürlich also wenn man jetzt an kämpfende pflege denkt ich weiß nicht wie es dem publikum geht wenn sie jetzt an die medien denken dann hat man in der regel krankenhäuser vor augen und die vielleicht noch die alten pflege die so richtig die verlierer sind in dem ganzen und in bezug auf was also auf anerkennung vergütung und arbeitsplatz gestaltung ja okay und 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 dann fragt man sich natürlich sind die wie du auch sagst sind die anders aufgestellt sind die anders organisiert und ja sie sind es tatsächlich und da gibt es einen ganz ganz verrückten aspekt den ich gerne mit hier reinbringen würde die stationäre pflege ist berufspolitisch relativ gut aufgestellt sie sind in einem es gibt den deutschen pflegerat und der ist sehr sehr eng mit einer arbeitung der pflegekammer beschäftigt aber zu dem deutschen pflegerat der ist nur der dachverband da gehören auch die hebammen dazu da gehören auch die alten pflegerinnen dazu da gehören hygieniker dazu also da gehört eigentlich alles dazu was man sich irgendwie maximal mit pflege vorstellen kann aber die stationäre pflege ist irgendwie präsenter als die alten pflege die alten pflege hat den gleichen vertreter den deutschen pflegerat okay aber aber warum hört man denn dann eher die stationäre pflege als die alten pflege das heißt unter dem sammelbegriff pflegerat da kommen dann wieder alle berufsgruppen zusammen aber es werden nicht alle berufsgruppen gleich gut repräsentiert wie sieht das mit häuslicher pflege aus das ist ja der ambulante das ist ja so ja ambulanter und alten pflegebereich ist ja ein anderes sozialgesetzbuch also fällt unter ein anderes sozialgesetzbuch okay also von den regelungen für den für den beruf ist es gesetzlich auch noch mal anders aber trotzdem ist es im pflege okay ich sehe ich sehe das das problem ist weit verzweigter als man auf den ersten blick sind in dem pflegerat dann auch wir waren eben bei den angehörigen die sind nirgendwo vertreten also entschuldigung also wer auch immer das dann hört die sind nicht nirgendwo vertreten aber ich kenne keinen ich kenne keinen verband der angehörigen pflegenden das heißt es gibt bestimmte berufsgruppen oder oder bestimmte personengruppen die sind deutlich unterrepräsentiert wenn man jetzt über die angehörigen weil die sollten eigentlich auch was das angeht inkludiert werden vielleicht entschuldigung wenn ich das einwerfen vielleicht sogar noch ein stück mehr weil ihnen ja viel mehr instrumente fehlen jemand der in einem stationären bereich arbeitet der hat ein ganz anderes netzwerk einen ganz anderen austausch eine ganz andere lobby als jemand der angehörige pflegt und deswegen müssten die eigentlich noch viel mehr gefördert werden ja angehörige können sich jetzt nicht mit einem mit einer kollegin oder einem kollegen treffen weil es gibt ja man trifft sich nicht im pausenraum die situation ist ja eine vollkommen andere ja ok so sieht es aus mit den mit den verbänden die vertreten werden aber gab es da dann jetzt in irgendeiner form eine konsequenz daraus also was macht der pflegerat wie wie ist da gerade die situation ich meine so vor zwei jahren oder so habe ich das mitbekommen dass es auf twitter losging mit dem pflegenotstand auch wieder dieser sammelbegriff ich sehe da durchaus auch parallelen zu anderen themengebieten das finde ich irgendwie spannend also pflegenotstand habe ich das was ich gelesen habe habe ich verstanden ok wir sind mit der pflege schlecht aufgestellt und jetzt sitzen wir hier und nach ein paar minuten ist mir irgendwie schon klar dass man pflege pflege ist nicht gleich pflege da muss man ganz doll differenzieren was ist da was was hat sich da gerade getan also das erste was ich getan hat und das ist das beste was passieren konnte das ist eine unglaublich funktionale und hochwertige einrichtung der pflegekammer in rheinland-pfalz gab und demnach folgen ja jetzt einige etablierungen und also pflege kann man sind immer auf länderebene noch ist die pflegekammer auf länderebene und das ist eine institution jeder kennt den begriff ärztekammer ja stimmt und wenn es irgendwo heißt ärztekammer hat entschieden oder ärztekammer möchte das oder ärztekammer hat verabschiedet dann hat das hand und fuß und jeder nimmt das sofort als gesetzt und das wollten wir und wollen wir ja auch mit der pflegekammer und der deutsche pflegerat ist dann ist wahnsinnig engagierte vorantreiber der pflegekammer und ist dann aber sozusagen auch nicht mehr notwendig wenn es die bundespflegekammer gibt die bundespflegekammer gibt es wenn es drei landespflegekammern gibt und deswegen wir sind gerade in dem auf dem meilenstein der der einrichtung der bundespflegekammer weil wir haben schon drei pflegekammern wo ist der unterschied zwischen dem pflegerat und das ist dann zu einer also und kammer also der pflegerat war bisher sozusagen das mittel der wahl weil es noch keine pflegekammer gab also dann eher so ein loser zusammenschluss und wir müssen mal wir müssten mal was machen weil wir arbeiten alle in der pflege lose klingt dem nicht gerecht okay das sind wirklich sehr engagierte verbandsmitglieder die dort zusammenarbeiten und hätten die nicht so und deswegen weil du sagst zwei jahre die kennen den notstand ja schon viel länger und das hat aber auch die zeit gebraucht um die pflegekammern zu etablieren und die pflegekammern sind gewachsen aus der wahnsinnig ehrgeizigen verbandsarbeit okay das heißt also dieser pflegenotstand kam auch so ein bisschen teilweise auch aus dem pflegerat heraus aber also es ne die kennen den die bearbeiten den ach so okay die haben den schon wahrgenommen als er noch gar nicht so krass war dass jeder bürger den kennt okay alles klar okay und es wird jetzt demnächst eine bundespflegekammer geben weil es das auf landesebene gibt und du hast eben gerade gesagt man kennt das die bundesärztekammer hat irgendwie was gesagt wie sieht das deswegen frage ich wie sieht das mit der struktur einer kammer aus ist das eine besondere rechtsform also die da ein bisschen mehr zu sagen hat oder wird auf die ärztekammer einfach nur gehört weil wir das immer schon so gemacht haben so und so der deutsche pflegerat zum beispiel ist nur berater wenn es um zum beispiel gesetz systemen gibt dann werden die angeschrieben und dürfen beratend ihre meinung äußern in einer kammer gibt es dann aber gibt es dann tatsächlich eine echtes entscheidungs entscheidungsgewalt also da darf man mit stimmen eine stimmen berechtigung okay das heißt also die sie können auf auch auf gesetzentwürfe einwirken oder zumindest wenn zum abstimmen also man muss da vielleicht noch mal dazu ausholen dass wenn es um gesetze geht dann oder um entscheidungen geht dann sind ganz groß ganz große mitredner die krankenkassen und die krankenhausgesellschaften okay und die werden dann noch begleitet von der ärztekammer und wie gesagt und jetzt ganz 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 bald dann auch von der pflegekammer okay also es ist im prinzip ist dass es eine pflegekammer gibt sorgt dann dafür dass überhaupt erst im gesetzgebungsprozess die stimme von pflegenden gehört werden kann zählt gehört wird so schon okay okay dass sie dass sie tatsächlich zählt gut ich würde jetzt wieder so ein bisschen jetzt sind wir gerade schon zu den strukturen die drüber liegen gegangen du hast eben auch schon gesagt na ja es hat sich wahnsinnig viel entwickelt in der pflege es gibt immer noch dieses alte das alte bild von frauen die sich aufopfern aber da sind wir viel viel weiter jetzt würde ich gerne so in die richtung gehen mit dem wie funktioniert das mit hierarchie ebenen in der pflege weil tatsächlich wir haben schon vorher darüber gesprochen und da ist mir diese idee aufgekommen tatsächlich ja ich kenne jemanden der auf einer station so ganz klassisch gesprochen oberschwester oder oberpfleger ja und dann gibt es all die anderen die dort arbeiten und das war's ist das ist das tatsächlich immer noch so also also ich möchte dein bild ein bisschen verschärfen wenn du dir vorstellst da ist eine station vielleicht eine internistische die patienten sind da mit herzerkrankungen kardiologie und du hast dein bild von deiner oberschwester und dann lauter wuselnden krankenschwestern und jetzt kommt der chefarzt ja dann hast du doch ein bild ja dann hat man drei hierarchie ebenen chefarzt und dann die stationsleitung von der pflegeseite und all die anderen die pflegen das sind drei klar abgetrennte hierarchien wobei der chefarzt oder chefärztin weiter ganz oben genau und von wem würdest du dir sozusagen eine beratung zu dem erkrankungsbild deines angehörigen wünschen und wen würdest du ansprechen weil die infusion durch ist ja denn das beratungsgespräch würde ich mit dem mit dem oder der medizinerin führen wollen und wenn wenn was ist mit entschuldigung könnten sie mal gerade genau und das ist ein bild was es tatsächlich im alltag gibt wo auch viel zu wenig für getan wird dass es sich ändert also das ist status quo aber man könnte das anders machen willst du also es ist in der mehrheit status quo aber es bricht schon auf und ist in einzelnen bereichen schon anders wie zum beispiel wie funktioniert das mit dem mit dem anders sein also vielleicht müssen noch mal so ein bisschen zurückgehen wie funktioniert überhaupt die interaktion mit pflegenden menschen und die die medizin studiert okay das kommt auch also es gibt ja fachbereiche im kranken also ich rede jetzt um es ein bisschen einfacher zu machen reden wir jetzt über den stationären bereich macht ja keine sorgen auf die anderen bereiche im stationären bereich gibt es ja grundsätzlich ein patientenklientee was einem gewissen was gewissen krankheitsbildern unterliegt und das ist der fachbereich kardiologie kardiologie urologie gynäkologie was auch immer und und dazu gehört immer auch ein stationsarzt und ein oberarzt und ein chefarzt der fachabteilung und auf der parallelen art parallelen ebene gibt es dann pflegekraft und oder vielleicht sogar eine pflege hilfskraft und eine examinierte pflegekraft also die den examen gemacht hat nach einer dreijährigen ausbildung dann gibt es die fachkrankenschwester zum beispiel für anästhesie und intensivmedizin oder für geriatrie und dann gibt es die stationsleitung und alle sind in der patientenversorgung angelegt und dann gibt es wie gesagt unterschiedliche bearbeitungsweisen die ein bearbeiten die individuellen bedürfnisse des patienten in der versorgung in der pflegerischen versorgung und die ärzte in der therapeutischen versorgung und wenn es darum geht das aufzubrechen das zu verändern dann geht das in der regel über fachlichkeit in dem moment wo nämlich jemand aus der pflege ein fachwissen hat was er sich was er oder sie sich traut den therapeuten sozusagen entgegenzusetzen also dass es eher eine eine kooperative zusammenarbeit gibt also das heißt dass arzt ärztin mit pflegerinnen und pfleger sich austauscht und dann gemeinsam über solche dinge berät das klingt jetzt überhaupt nicht unlogisch aber es ist also es ist es klingt für mich wie eine total neue idee aber also weil weil dieses bild ist überhaupt nicht da das ist ja eben schon von gesprochen welches bild hast du im kopf und das ist ganz deutlich gemacht jetzt würde ich gerne wissen wie sieht das dann mit der mit der professionalisierung hast du es genannt aus ich habe auch bevor wir darüber gesprochen haben ich bin immer wieder darüber gestolpert wenn es um pflege ging dass eine akademisierung stattfindet also dass leute pflegeberuf quasi auch dann irgendwas an der uni machen aber was macht man denn da also unter akademisierung ich kann mir vorstellen das hat was mit der uni zu tun ich kann mir aber nicht vorstellen was das bedeutet dazu möchte ich noch einmal kurz zurückrudern auf das bild was man hat man hat eine station wo patienten versorgt werden müssen und der idealfall der idealfall ist dass sich alle beteiligten berufsgruppen da würden dann zum beispiel auch logopäden dazu gehören ergotherapeuten sozialarbeiter und so weiter treffen sich am patienten und reden auf einer ebene über die bedürfnisse und zielsetzungen bezüglich des patienten das ist die wunschvorstellung die ist irgendwann gewachsen an dem sehr großartigen generationswechsel dass nämlich eine generation auch entstanden ist die gesagt hat also ich habe eine meinung und ich will dass die zählt ja und ich bin wichtig ausrufezeichen und dann kam die idee warum funktioniert es denn aber nicht warum warum ist die pflegekraft oder vielleicht sogar noch die physiotherapeutin die für ihre ausbildung sogar noch geld bezahlen muss warum sind die den ärzten nicht gewachsen oder warum fühlen sie sich den ärzten nicht gewachsen das muss ja irgendwie an der bildung liegen okay ja das also der gedanke ist nicht weit hergeholt ja also müssen wir sie akademisieren denn wenn sie alle gleich akademisiert sind dann sind sie auf augenhöhe wie kann ich mir das vorstellen also was heißt dann konkret akademisierung bei der stationären pflege das eben examinierte krankenpfleger in heißt drei jahre pflegeschule und das ist eine staatliches examen und da drauf dann bachelor master doktorarbeit in pflege oder dann wurde dann wurde unglaublich zu spät ins europäische ausland geguckt oder sogar bis nach amerika und gesagt krass die anderen sind ja schon alle akademisiert ach so moment und tatsächlich ist es so wir sind so ziemlich die einzigen die keine akademisierte pflege haben es heißt es gibt tatsächlich einfach den bachelor of nurse okay es gibt nicht nur die nurse die eine praktische ausbildung hat sondern es gibt den bachelor und dann auch den master of nurse und dann hat man gesagt das ist international das ist total also österreich hat jetzt jüngst gesagt es gibt nur noch akademisierte pflege die bilden gar keine praktische bieten gar keine praktische ausbildung mehr an also praxis ist natürlich auch im bachelor drin aber da kann man nur noch arbeiten wenn man diesen bachelor hat ach so also also man würde man könnte sich als gesundheits- und krankenpflegerin aus deutschland ganz schwer nur im europäischen ausland bewerben im rahmen der anerkennung weil man den bachelor nicht hat okay das ist also das etwas was vollkommen neu für mich ist aber wie sieht das dann aus du hast gesagt es gibt praxisanteile also was ist dann anders im vergleich zu der pflegeschule wenn man jetzt über ein studium mit praxisanteil nachdenkt es ist gar nicht viel anders es ist sie gehen genauso an die pflegeschule wie die anderen auch sie sind genauso im unternehmen in den praxiseinsätzen sie haben einfach zusätzliche module an der uni okay die ausbildung verlängert sich und jetzt möchte ich nicht lügen aber ich glaube um ein jahr okay auf jeden fall details dazu es gibt ja dann genau dem was wir hier aufnehmen für den podcast auf jeden fall auch schon nutzt da werde ich das dann mit vermerken aber okay das heißt es ist trotzdem immer noch so praxisorientiert also ich hatte jetzt gerade so mit akademisierung wird das dann so eine verkopfte geschichte dass das dass der bachelor of nurse am ende vier jahre im hörsaal saß und wird dann in die klinik oder in die häusliche pflege hinein geschrubst und dann bitte mach nein nein das ist das ist genauso weil die pflege hat ja mega tolle auch qualität und aspekte und standards und qualitätsmaßnahmen es wird halt ergänzt es wird durch universitäre schulung ergänzt aber das setzt dann quasi das also in österreich ist es so dass jeder zur uni geht ja ab jetzt also also ab dem sommer jeder an der uni sein muss okay und hier in deutschland wird es gibt es jetzt also wie nennt wie nennt man das auf deutsch pflege wissenschaften oder oder bachelor of nurse okay bachelor also man kann im moment kann man in deutschland eben beides machen du kannst die ausbildung zur gesundheit und krankenpflegerin ab kommendem jahr pflegefachfrau pflegefachmann machen oder du machst ein bachelor wie sieht das dann jetzt kommen wir zurück auf altenpflege ambulante pflege diese anderen gruppen weil wir waren jetzt bei der stationären pflege aber pflege ist ja nicht nur eins also ändert sich da auch was weil stationäre pflege hat eine bessere lobbyarbeit hast du jetzt eben gesagt und die anderen fallen so ein bisschen runter ist bei altenpflege dieselbe und um das sozusagen mit zu schützen gibt es ab nächstem jahr der die generalistische ausbildung das heißt es wird keine alten pflegekräfte mehr geben und es wird auch keine kinderkrankenschwester mehr geben es wird den gesundheitsfachmann gesundheitsfachfrau geben okay also das ist eine generalistische ausbildung dann das ist auch ein neues gesetz was die pflege angeht was wird dann in der generalisierten generalistischen ausbildung genau gemacht also ist dann eine ganz andere pflegeschule oder hat das halt elemente das hat grundsätzlich erst mal eine grundausbildung und dann werden sozusagen fachliche besonderheiten unterrichtet natürlich unterscheidet sich eine kinderkrankenpflege von der altenpflege aber es wird eben beides unterrichtet okay das heißt gesundheitsfachmann gesundheitsfachfrau kommt raus und hat grund grundsätzliches verständnis von so gehe ich mit einem kindernotfall um das ist zu beachten wenn ich jemanden habe der dement ist das ist auf einer stationären pflege zu beachten und also dieses ganze dieses ganze sammelsurium vor allem dass man die verschiedenen disziplinen auch überhaupt kennt ja und dass es kein standesdünkel mehr gibt also du meinst stand innerhalb der pflege also zwischen altenpflege zum beispiel krankenschwester oder kinderkrankenpflege was du eben gesagt hast okay also das mit der akademisierung finde ich finde ich sehr sehr spannend und ist dann ist dann auch geplant ich sag jetzt mal wir gehen jetzt einen schritt weiter und sagen okay die generalistische pflegeausbildung gibt schon die leute die von der uni kommen haben fangen an zu wirken gehen wir noch mal weil weil man es gut als beispiel anführen kann in die stationäre pflege rein wie bricht es sich denn dann auf ich habe krankenpflegende menschen dort die die generalisierte ausbildung haben ich habe leute die von der uni kommen aber ich habe dann ja trotzdem immer noch meine 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 arzt hierarchie da muss man dann mit breiter brust hingehen hör mal wir können jetzt ein bisschen mehr also lass uns austauschen oder also es ist ein kulturwandel der stattfindenden muss oder wird ich frage dass er es ist ein kulturwandel der definitiv auch schon stattfindet und auch schon zum teil stattgefunden hat man muss dazu sagen der generationswandel spielt auch da der pflege in die karten weil sich ja auch die ärzte verändern und die ärztinnen verändern die jungen assistenzärzte die jetzt kommen das sind menschen die auch die wollen überschaubare arbeitszeiten weil nur um ganz kurz ganz 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 kurz auf die ärzte zu gucken das war bisher natürlich auch mit er ja mit er aspekten zugeordnet wie arbeiten ohne limit immer über die grenzen hinaus immer irgendwie dieser hierarchie hinterher hecheln um dann irgendwie irgendwann mal oberarzt zu werden um dann chefarzt zu werden das war ja auch kein flexibles individuelles leben das war ja auch sehr tradiert und das kollidiert jetzt oder kollidiert ich finde es ergänzt sich ganz wunderbar dass da jetzt auch junge assistenzärzte sind die sagen er hört mal zu ich will einen guten job machen es ist mir gar nicht wichtig oberarzt zu werden oder chefarzt zu werden ich will einfach patienten versorgen mit dem was ich gelernt habe und ich bin total hierarchie los unterwegs und höre mir einfach eine expertenmeinung an und wenn ob die expertenmeinung von angehörigen kommt oder von pflegekräften oder von physiotherapeuten oder von der servicekraft die das mittagessen ausgeteilt hat und eine auffälligkeit bemerkt hat das ist doch egal es geht um das patientenwohl und das ist gerade eine wunder 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 wunderbare chance denn darauf zum beispiel es gibt bereiche da funktioniert das schon sehr gut das ist die psychiatrie und das ist die intensivstation da trifft nämlich tatsächliche wissens macht im sinne von gut ausgebildeten pflegekräften auf auf ärzte die sich am patientenbend treffen und sagen ich habe das und das schon mal angepasst ich habe an einer beatmung schon mal was verändert oder in der psychiatrie wo eine patientenbeobachtung elementarer bestandteil der therapie ist und das kann in erster linie die pflege weil sie viel häufigere kontakte hat und viel intensivere kontakt und von daher gibt es schon bereiche wo das gut funktioniert ok wie wirkt sich das dann jetzt komme ich wieder zu den anderen bereichen wie wirkt sich das auf einer alten pflege aus auf eine ambulante pflege oder häusliche pflege und wie kann das auch in den bereich rein wirken wenn angehörige pflegen ja traurigerweise immer da wo macht ist oder auch eine dominanz ist findet leider irgendwie auch eine isolation statt so dass ein seniorenheim obwohl und das möchte ich vielleicht ganz kurz mal vorweg geben im seniorenheim ist der arzt gast also der station also der alten pflegebereich da ist der arzt gast weil es ist ein niedergelassener hausarzt der bewohner dort nur besucht dort ist die pflegekraft experte die pflegekraft sagt dem arzt eigentlich was der patient jetzt irgendwie bräuchte oder eine medikamentenanpassung notwendig ist trotzdem positioniert sie sich in ihrer wertung unter dem arzt und die alten pflegekraft im seniorenheim würde sich niemals mit mitarbeitern auf der intensivstation vergleichen und das ist das traurige daran dass ist eben die anderen bereiche nicht davon profitieren und sagen ich guck mal dass in der psychiatrie funktioniert oder in einer rettungsstelle funktioniert warum funktioniert das nicht auch bei uns vergleichen sich nicht hey aber also man vergleicht sich nicht aber das wird ja vielleicht dann durch den generalisierten ausbildung aufgebrochen aber trotzdem wenn wenn dann jemand mit einer generalisierten ausbildung quasi in einen in die alten pflege hineingeht dann hat er zwar oder sie das beste handwerkszeug mitbekommen und sie in allen bereichen aus das ändert aber nichts in diese festen strukturen rein zu laufen genau und deswegen ist es so unglaublich ab davon abhängig der erfolg der generalistischen ausbildung wie stellen sich die häuser da wie stelle ich mich als arbeitgeber da wenn ich jetzt natürlich jungen menschen habe der extrem motiviert ist der sehr gut ausgebildet ist der lernt ja in seiner ausbildung sämtliche bereiche kennen was passiert wenn der auf der intensivstation feststellt flache hierarchie ganz großes mega ansprechendes arbeitsspektrum viel action viel eigene handlungsfähigkeit und dann kommt ja den alten pflegebereich wo er den ganzen tag mit waschen beschäftigt ist was ihn irgendwie auch befriedigt weil er schafft es gar nicht die menschen in ruhe zu waschen oder nur mit noch mit pflegehelfer in einem haufen und man hat dann als gut ausgebildeter dann drei etagen ja sowas also was sagt er am ende seiner ausbildung ich suche mir eine intensivstation oder eine psychiatrie oder eine rettungsstelle wo das heißt deswegen wird der erfolg davon abhängig sein wie sich die einrichtungen jetzt aufstellen ich mache das jetzt mal subjektiv du unterstellst also dass das dass die generalisierte ausbildung vielleicht dazu führen könnte dass die situation wie es in der alten pflege ist ich habe das gerade so ein bisschen umrissen auch weil ich eine kleine anmerkung oder frage aus dem publikum gerade hatte dass in der alten pflege ist viel prekärer als in der stationären pflege weil teilweise das war die zahl vom zettel ein ausgebildeter altenpfleger 90 patienten vor der brust hat und dann pflegehelfer um das zu organisieren also man das heißt sobald nur leute nachkommen die viel besser ausgebildet sind kriegen irgendwann die häuser ein problem leute also ich mir fällt es schwer daran zu glauben dass eine bessere ausbildung dazu führt dass sie dann keine leute mehr finden und deswegen ihre arbeitsweise überdenken müssen also sollte es da nicht auch eine regelung geben dass altenpflege auch noch mal anders aufgestellt werden muss also oder gibt es da eigentlich was so und so viele patienten in einem alten pflegeheim brauchen einen so ausgebildeten eine so ausgebildete personen und also zahlen von so und so viele pflegende so und so viele patienten das sind ja diese sogenannten pflegepersonal untergrenzen und die gibt es tatsächlich aber aber das war gerade ich muss das kurz für mich sortieren ganz kurz pflegepersonal untergrenzen auch da wieder faszinierend wofür also pflegepersonal untergrenzen bedeuten es darf so und so viele pflegekräfte auf so und so viele patienten maximal also so und so viele patienten maximal ich sag's jetzt ganz kurz intensivstation eine pflegekraft darf maximal 2,5 patienten betreuen und es gilt es noch für die kardiologie für die unfallchirurgie und für die geriatrie und jetzt ab 2020 für noch mehr bereiche und auch wieder faszinierend nur für den stationären bereich ok also dass sowohl im ambulanten als auch im alten pflegebereich gibt es keine pflegepersonal untergrenzen also weder im ambulanten bereich heißt es sie dürfen nur eine pflegekraft darf im dienst nur so und so viele klienten anfahren oder im alten pflegebereich eine pflegekraft darf nur so und so eine große bewohnergruppe betreuen gibt es nicht ist erst mal vom gesetzgeber nicht berücksichtigt worden und von daher ist es auf der einen seite schon geschehen dass gesagt wurde es muss gesetzlich reglementiert werden wie viele pflegekräfte wie viele patienten versorgen dürfen weil das hat was mit qualität zu tun und mit sicherheit ja aber nur im stationären bereich und das nächste was du gefragt hast das mit der generalisierten ausbildung also kann das diese probleme dann wo es keine diese diese zahlen nicht gibt reicht das da aus tatsächlich dass die wie du gerade gesagt hast generalisierte ausbildung man sieht wie es in einem seniorenheim ist man sieht wie es auf der intensivstation ist wenn man dann kurz zwei d zwei sachen zusammen zählt dann stellt man fest okay ich gehe lieber in in die stationäre pflege und dann der mangel an fachkräften wird er die pflegeheime zum umdenken bringen ich weiß nicht nee da so ist es auch gar nicht gemeint das ist ja die gefahr deswegen ist es ganz ganz wichtig dass die pflege einrichtungen sich jetzt aufstellen und attraktiv und da rede ich nicht davon dass die pflegekräfte die jetzt gerade vor ort in den pflege einrichtungen sind sich besser aufstellen sollen sondern dass die geschäftsführungen von seniorenheimen und von senioren einrichtungen anders aufstellen müssen die müssen jetzt aktiv werden die müssen jetzt attraktiv werden denn das entscheiden das ist im momenten geflügeltes wort das entscheiden die auszubildenden die jetzt ab nächsten jahr anfangen mit ihren füßen wo sie hingehen und deswegen ist es ganz wichtig dass jetzt rahmenbedingungen geschaffen werden die es den dann den auszubildenden und dann auch den gesundheitsfachleuten attraktiv macht im alten pflegebereich zu sein nämlich vielleicht gerade weil sie dort unglaublich autonom arbeiten können weil es dort keine arzthierarchie gibt aber das erfordert ein ungemeines umdenken der geschäftsführung okay aber würde würde es der geschäftsführung nicht vielleicht auch etwas mehr helfen wenn sie auch solche fallzahlen hätten also wenn diese wenn das auf bereiche ausgeweitet werden würde ist das auch eine sache die die pflegekammer dann jetzt wo das kommt nicht auch erreichen könnte oder bestimmt aber da bin ich jetzt ganz 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 frech und ganz lehne ich mich sehr weit aus dem fenster wenn ich sage das ist das ist im in wirklich in wie sagt man in der mentalität des geschäftsführers steckt wenn ich als geschäftsführer eine pflegepersonal untergrenze bekomme habe ich immer noch die möglichkeit zum beispiel dienstpläne anders zu schreiben oder personal umzuschieben personal einzusetzen was es gar nicht gibt was auf irgendeinem dienstplan entscheidet ich glaube das eine wird nicht das andere lösen das heißt die die diese diese zahlen diese untergrenzen siehst du gar nicht als das probatere mittel sondern du denkst du denkst dass das klingt so als ob ich an dir zweifle nein also das ist aber das tatsächlich er die neue philosophie bei der ausbildung da viel mehr bewegen kann als eine vorschrift was untergrenzen angeht also beides zusammen wäre natürlich wahrscheinlich noch besser oder also das kann auf jeden fall nicht schaden nein das kann auf jeden fall nicht schaden das kann nicht schaden weil das hat doch jetzt dazu geführt dass da überhaupt so ernsthaft darüber gesprochen wird weil plötzlich haben menschen instrument die können die können im internet nachlesen wo die pflegepersonal untergrenzen eingehalten werden da ist ein besseres druckmittel gibt es doch nicht also das ist schon super das ist gut dass es das gibt weil das lenkt den fokus darauf achten sie doch mal wenn sie ins krankenhaus kommen um ihren partner zu besuchen um ihre mutter zu besuchen wie viel pflegekräfte da eigentlich die menschen massen betreuen ich kann im internet mich vorher informieren über die häuser das ist das finde ich super weil diesen druck braucht es um die finanziellen und personalen ressourcen zur verfügung zu stellen diese versorgung in echt zu gewährleisten aber das kann wiederum nur funktionieren wenn man eine selbstbewusste sehr 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 gut ausgebildete berufsgruppe hat ja und in deutschland ist die situation so dass wir quasi ein bisschen hinten dran sind wenn man das international betrachtet und das mit dem selbstbewusstsein ist auch noch mal ein punkt auf den ich eingewollt werden das am anfang so ein bisschen das selbstverständnis wie wie also das ist unterschiedliche selbstverständnisse von unterschiedlichen berufsgruppen da dann gibt wie wandelt sich das jetzt also du hast gerade schon gesagt die leute werden werden selbstbewusster also es muss hingehen dass man diese physiotherapeut arzt und die verschiedenen pflegekräfte und so an einem bett hat aber das ist längst noch nicht überall so aber wird das auch durch die generalisierte ausbildung besser werden oder ist da der generationenwechsel der schlüssel ne da ist der schlüssel das pflege management okay und jetzt kommen wir in den bereich wir haben jetzt eben stationsleitung pflege management ist ein weiterer punkt wo sitzt das pflege management das ist weiter oben das ist die chefarzt ebene oder das pflege management sitzt tatsächlich kann man sich vorstellen eine klinik fängt von oben herab an da gibt es eine haupt geschäftsführung darunter treffen sich dann ein ärztlicher zum beispiel ein ärztlicher direktoren kaufmännischer direktor und pflege direktor okay und dann gibt es leider in deutschland unternehmen da ist der pflege direktor oder die pflege direktorin nicht mal stimmberechtigt da geht es um wirtschaftsplangespräche da geht es um investitionen da geht es um stellenpläne da geht es um fachbereichsentwicklung und wo stinkt der fisch also wenn das in der ebene schon nicht funktioniert ja beziehungsweise es ist organisch so angelegt dass das pflege nicht mitsprechen kann dann braucht man nicht weiter runter gucken weil darunter wird man keine autonome selbstbewusste reflektierte professionelle pflege finden ja weil wir wollen auch oben also rip wenigstens und präsentanz haben nicht mitsprache okay mitsprache ausrufezeichen ja vollkommen richtig weil es ist eine eigene profession man würde ja nicht sagen der kaufmann und der arzt sind wichtig in entscheidungsprozessen um die wirtschaftlichkeit oder um die fachbereiche und die pflege darf aber gar nicht also die pflege kann da nicht mitreden unter dem aspekt zum beispiel wo nehmen wir denn das personal für den neubau her das wird nämlich dann vorausgesetzt dann wird gesagt so wir planen jetzt den neubau weil wir brauchen eine geriatrie die bringt im moment am meisten kohle der bedarf ist da bla 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 wir haben dafür von einer von der von der landesregierung auch die zustimmung und die pflege muss dann ganz am ende irgendwie das personal dafür aus den rippen schneiden das funktioniert so nicht und es ist auch nicht überall so es gibt und da rede ich jetzt von deutschland und auch von berlin es gibt sehr selbstbewusste pflegedirektionen die sind eins zu eins in die gespräche involviert die sind eins zu eins mit entscheidungsträger stimmen berechtigt und so weiter und aber wie gesagt dort geht es schon los es ist nicht mal einheitlich die die mitsprache das mitspracherecht definiert und aber da und jetzt kommen wir zu der nächsten hierarchie ebene das nächste sind dann die bereichsleitung oder die stationsleitung oder wohnbereichsleitung wenn man mal kurz auf den ambulanten bereich und wenn das sich als management versteht dann kann man auch wieder dann begegnen die nämlich einem oberarzt zum beispiel auf augenhöhe kannst du das noch mal ein bisschen besser umreißen was du damit meinst das selbstverständnis als management heißt dann was im vergleich zur jetz also dann denkt man noch mal eine stationsleitung von einer krankenpflegestation zum beispiel wieder kardiologie herzkranke patienten und die stationsleitung ist dafür verantwortlich zum beispiel den dienstplan zu schreiben für 20 sagen wir mal da lässt sich bessere 20 mitarbeiter und sie muss mit den zielvereinbarungs gespräche eigentlich führen und sie muss zum beispiel auch über eine neue einheit also zum beispiel dass patienten am monitor überwacht werden das muss sie mit organisieren und planen und viele 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 andere sachen aber der alltag leider der meisten nicht alle wirklich nicht alle aber der meisten stationsleitung ist dass sie am bett stehen und patienten versorgen das meinst du meinst eine stationsleitung mit mit dem selbstverständnis für management wäre also da ist der schreibtisch von unserer stationsleitung und da sitzt auch eine stationsleitung die ganze zeit und hat anderen kram zu tun und kann nicht einspringen wenn mal gerade genau wieder was an dem patienten ist oder jemand krank ist genau weil durch den aber auch nur also oder besonders durch den pflegenotstand oder pflegefachkräftemangel ist es ja besonders aufgefallen wo stecken denn eigentlich die stationsleitung die sind den ganzen tag damit beschäftigt personal irgendwie heranzuholen um die schichten zu besetzen notdürftig zu besetzen aber wie gesagt und dann gibt es eben viele 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 stationsleitung die dann bei sich anfangen und dann ja da mache ich jetzt den nachtdienst schnell oder dann mache ich komme ich am sonntag und mache den frühdienst und das ist nicht management management ist eine übergeordnete position die dafür sorgt dass der laden läuft das meintest du mit dem sich selbst als management sehen ich kann jetzt hier nicht das funktioniert nicht weil ansonsten haben wir für nächste woche kein dienstplan wenn man es grob ausdrückt aber dann versucht man sich die die sachen freizuhalten ja gut es geht um menschen und da ist man dann es gibt nicht die möglichkeit dass sagen so okay wir machen für heute mal die station dicht weil sind keine leute da da muss ich sofort einhaken warum zieht sich die pflege den schuh an ja ist eine gute frage warum streikt die pflege nicht weil sie sagen wir kümmerten sich dann um die patienten warum streiken ärzte weil die pflege kümmert sich ja in der zeit während sie streiken um die patienten warum würden pflegende nie sagen wir streiken dann müssen halt die angehörigen zu ihren patienten kommen und dann die ihnen das essen geben oder noch mal lagern oder 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 ist mir eigentlich auch egal was in dem moment für den patienten leider unangenehm ist aber ich ich streike jetzt oder ich agiere jetzt für eine ganze zukunft ja warum warum weil das ein tradiertes bildes was wir uns als pflege oder was überhaupt pflege sich angezogen hat das macht man nicht weil es können ja menschen zu schaden kommen ich kann nicht mehr nachts schlafen wenn ein mensch zu schaden gekommen ist aber ich kann genauso sagen ich komme auch vor lauter hühnereinfang nicht dazu ein zaun zu bauen das ist ein management ansatz den man sich mal auf der zone zergehen lassen muss irgendwo müssen wir einen cut machen irgendwo müssen wir eine also also das ist so pflege macht das nicht weil es betrifft menschen ja und das geht auch noch ein bisschen mehr in dieses selbstverständnis wo ich jetzt gerade so weil als du das gerade gesagt hast das hat sehr sehr viel mit auch mit pflegenden angehörigen zu tun ich habe keine wahl als als angehöriger weil da 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 ist jemand der meine hilfe benötigt und wer soll es denn sonst machen okay ich habe auch niemanden gefragt und ich habe auch nirgendwo um hilfe gebeten aber ich sage wer soll es denn sonst machen also kümmere ich mich drum weil ich irgendwo eine moral gelernt habe das heißt ich bin das ist das ist meine mutter das ist meine oma also oder mein vater also muss ich mich drum kümmern und was sagen denn die nachbarn wenn du es nicht machst ja was sagen denn die nach wenn du deine mutter ins heim gibst oder wenn da jemand anderes kommt jemand fremdes obwohl deine mutter gesagt hat sie möchte nicht von jemand fremdes betreut werden ja das sind das sind drücke mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen ja und dann geht man in dem bereich wo es stationär wird altenpflege oder und da ist es dann professionalisiertes schlechtes gewissen könnte man sagen das ist ein professionalisiertes ist wunderbar ausgedrückt das ist ein professionalisiertes schlechtes gewissen es kotzt mich an ich mache das nicht gerne und es nervt mich und es belastet mich und ich habe dadurch probleme mit meinem partner und ich habe dadurch probleme mit meinen kindern wenn ich wieder einspringen und wieder einspringen und wieder und wieder und wieder und bis ich meinen beruf hasse bis ich hasse ins krankenhaus zu kommen bis ich hasse dass irgendein patient schon wieder klingelt und der weg daraus wäre tatsächlich einmal zu sagen und wir gucken mal was passiert wenn wir mal einen tag nichts machen nicht mal einen tag nichts machen das musste nicht der streik sein aber was passiert wenn ich ein management einsetze was selbstbewusst und zielorientiert agiert was passiert wenn ich ein management habe was mitarbeiter tatsächlich auch nicht auf der moral ebene anspricht wenn es ein einspringen aus dem frei gar nicht mehr gibt was passiert mit mitarbeitern wenn denen gesagt wird nee du sollst gar nicht einspringen dann fühlen sie sich plötzlich nicht mehr gebraucht meinst du ist das so die einen so die anderen so aber das ist ein das ist ein kulturwandel wenn man sagt sollst dich gar nicht aufopfern du sollst dich hier entwickeln du sollst das hier mögen du sollst dir eine perspektive suchen du sollst dich gar nicht aufopfern du sollst den den job für eine bestimmte zeit machen aber dann auch eine bestimmte zeit frei haben damit du den job auch über jahre machen kannst also ein neues selbstverständnis wo es wo es hingehen muss und wir haben das ist angerissen es gibt die ersten bemühungen und auch professionalisierung und akademisierung trägt dazu bei dass wir also langsam dahin kommen dass das aus den menschen die in den berufen arbeiten aus sich heraus passiert aber es sollte auch ein kulturwandel geben mit dem in der führung ok in der führung und im moment sind die wirklich sind die sind die bausteine dafür da also wie gesagt die führung muss jetzt dringend dringend ganz ganz dringend nachwachsen und sich nachentwickeln weil die generation die jetzt in die pflege kommen die sagt ich mache das richtig gerne und ich habe da richtig bock drauf und ich sehe da ganz ganz viel sinn drin aber nicht nicht genau nicht zur nicht bis zur selbstaufgabe sondern nur bis zu dem punkt und dann gehe ich und ich möchte auch gefüttert werden und ich möchte auch angesprochen werden und ich möchte auch noch mehr sehen und noch mehr erleben und flexibilität haben und das ist was 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 jetzt eigentlich auf dem silbertablett präsentiert wird das braucht nur nicht nur das braucht eine führung die das jetzt in die richtigen bahn lenkt weil es gibt ja auch einfach mal noch die ganz ganz große masse an pflegekräften die bisher sich selbst oder auch extern eingeprügelt bekommen hat das lastet hier auf deinen schultern und wenn du das nicht reißt dann macht es keiner das wollte ich gerade fragen also und die fühlen sich zu den Einsatz noch ja und die fühlen sich von der neuen generation unglaublich benachteiligt oder also zum beispiel gibt es eine junge krankenschwester die sagt ja ich fange jetzt nach dem examen an und ich habe da auch richtig bock drauf aber ich möchte nur 50 prozent teilzeit arbeiten weil das geld reicht mir und ich habe genug zeit für die dinge die mir noch wichtig im leben sind und die trifft dann vielleicht auf ein team was sagt sag mal sag mal warum warum willst du nur 50 prozent arbeiten du bist jung du bist gesund was keine kinder als ob kinder immer ein freistellungsmerkmal sind also also das finden wir jetzt voll blöd dass wir jetzt hier deine arbeit mitmachen müssen ja aber ist ja und das meinen die ernst und dann denkt diese junge person mir wurde doch von der pflegedirektion zugesichert ich darf das so arbeiten und jetzt muss ich das mit menschen diskutieren oder die wollen das mit mir oder die die bewerten mich für eine entscheidung die ich für mein leben getroffen habe und geben mir jetzt auch noch jeden tag ein schlechtes gefühl da kann doch was nicht ganz richtig sein weil wir den punkt hatten wir mit der mit einer anderen ausbildung mit einer anderen ausstellung kann man daran kommen aber du sprichst jetzt die gruppe an auf die genau kommen wollte die die jetzt schon drin sind und die so ein denken haben das war eine eine wundervolle illustration die da gerade gemacht hast wie sieht das aus gibt es da auch eine möglichkeit wenn jetzt jemand in der stationären pflege oder auch in der alten pflege arbeitet seit zehn 15 jahren kann ja eventuell noch zur uni gehen oder sich in irgendeiner form also gibt es da fort und weiterbildung also nicht nur dass die ausbildung verbessert wird sondern dass auch menschen die in dem beruf sind und vielleicht doch noch dann so sehen ja wir müssen dann managen also möchte ich mir jetzt vielleicht das was ich noch brauche um mich weiter zu professionalisieren holen gibt es da die möglichkeit oder sind wir jetzt erst nur in der ausbildung also die also die möglichkeit gibt es definitiv also lebenslanges lernen ist wirklich das das gibt es auch in der pflege und und die sache ist nur wer geht dahin ja was ein problem weil die menschen sind gerade die menschen sind gerade unglaublich erschrocken bis traumatisiert weil sie haben also ihnen wurde damals das ja so vermittelt du hast dich aufzuopfern du hast das zu leisten das lastet auf deinen schultern du musst auch subtil nicht zwangsläufig in genau den worten nein aber auch so viel und dafür haben sie ja auch diese eigenartige anerkennung bekommen weil es hat ja dann immer funktioniert also der patient ist ja dann auch nicht gestorben und der arzt war dann auch zufrieden mit den fortschritten also die sind ja ganz anders ganz anders gewachsen und ganz anders die haben eine ganz andere biografie und die sagen ja nicht ach so ist es jetzt alles nur eine frage der bildung da werde ich jetzt mir eine entsprechende maßnahme suchen weil ich brauche das um mithalten zu können die sind ja die sind erschrocken die sind frustriert die sind sauer die sind richtig durcheinander und irritiert was soll das warum darf jetzt jemand mit 20 kommen und sagen ich arbeite nur zehn tage im monat warum dürfen die das und kriegen die anerkennung kriegen vielleicht sogar noch 2000 euro begrüßungsprämie weil sie hier neu anfangen wo bin ich denn jetzt die letzten 20 jahre gewesen ja weil es weil es still funktioniert hat und und sie dachten dass das ja auch so gewünscht war das war ja oder das das gab einen ganz krassen stellenabbau vor 20 jahren da waren alle froh dass überhaupt einen arbeitsplatz hatten den haben die demütig und dank ist ich rede jetzt hier voll also allgemein es gibt immer einzelne ausreißer natürlich aber so eine große masse war froh dass sie den job haben vielleicht sogar noch in wohnortsnähe also ende der 90er anfang der 2000 da wurde pflege person in den 90ern da wurde also da kam sozusagen nach der wende ja eine wahnsinnige masse an an pflegekräften und dann wurde knallhart aussortiert dann kam die dirg also eine so eine kosten kostenprogramm für krankenhauskosten und da wurde stark an pflege gespart pflege wurde pflege wurde wirklich auch ausgebeutet hat sich ausbeuten lassen und die generation wenn du fragst was mit bildung jetzt zu tun hat das sind menschen die sind jetzt ende 40 anfang 50 die sehen das nicht ein warum sie jetzt noch mal energie aufbringen sollen um sich weiter zu bilden um mithalten zu können die haben das gefühl weil sie haben ja damals eine generation abgelöst indem sie mehr nachtdienste machen damit die alten nicht mehr so viel nachtdienste machen müssen sie haben heilig abend spätdienst gemacht damit die alten nicht mehr spätdienst machen müssen das gab jetzt ein kratt die junge generation sagt nur weil ich keine kinder habe will ich trotzdem nicht heilig abend spätdienst machen macht den spätdienst selbst und die stehen da und sagen so war das nicht abgemacht so war das mein ganzes berufsleben lang nicht abgemacht ich wollte wenn ich 50 bin nicht mehr heilig abend spätdienst machen ja man hat es da im prinzip haben sie in eine in eine in eine idealisierte oder wenn ich in eine virtuelle rentenkasse was moral angeht eingezahlt ich habe ich habe damals für die älteren die den den nachtdienst an weihnachten gemacht also ich möchte jetzt gerne den nachtdienst den ich damals eingezahlt habe jetzt auch ausgezahlt bekommen oder ich habe immer in den sommermonaten rücksicht auf die schulkinder genommen jetzt habe ich ein schulkind jetzt möchte ich das rücksicht auf meine schulkinder genommen wird ja ja es ist tatsächlich also auf der einen seite kann ich kann ich das genau verstehen dass man da dass man da steht und sagt so ich möchte es in irgendeiner form so haben ich habe damals menschen ausgeholfen und es wäre nett wenn ich jetzt mal hilfe bekommen würde aber ja es muss ein automatismus sein weil man eventuell verlernt hat nach der hilfe zu fragen okay aber das das muss dann im kleinen und das und deswegen meinte ich dass das nur zu lösen ist indem man ein befähigtes pflegemanagement hat wie gesagt von der gesetzgebung und von der entwicklung und von der bildung da brauchen uns keine sorgen machen das läuft gerade das läuft gerade wirklich super also wie gesagt wir haben eine tolle generation die da gerade ranwächst wir haben ein sehr achtsames gesundheits eine gesundheitspolitik das ist da braucht man glaube ich wir haben eine ausbildungsreform und so weiter da wird schon viel mitgedacht was jetzt passieren muss ist tatsächlich vor ort das was jetzt passieren muss ist dass es management gibt was das in richtige bahnen was dafür sorgt dass sich eben die ich sag mal mitte 40 jährige pflegekraft nämlich nicht verraten und verkauft und völlig über den löffel gezogen fühlt sondern dass sie ein gefühl dafür bekommt auch ihre bedürfnisse zu formulieren dass wenn es einen wunschplan gibt sie nicht nur einträgt was geht wenn ich in der und zum beispiel in der dienstplanung dass man als führungskraft als management erst mal einen rahmen schafft wo man sagt das kann dir total egal sein wie viel prozent oder wie viel arbeitszeit derjenige arbeitet oder der oder der oder der das betrifft dich nicht achte auf deine eigene arbeitszeit was auf der einen seite dazugehört akzeptiere es dass jemand anderes weniger arbeitet als du und mach den anderen nicht dafür verantwortlich dass du zum beispiel so und so viel arbeiten muss weil dein mann das nicht ausreichend kompensiert oder weil das sonst nicht reicht um die rate fürs haus zu bezahlen das ist tatsächlich schon auch ein stück psychologie mit drin als führungskraft rauszufinden wo sitzt denn der hase im pfeffer begraben ist das neid ist das verraten fühlen und deswegen es gibt so individuell wie diese beispiele gesagt dass so individuell werden die die situationen vor ort sein die dann auf vergleichbare situationen warum warum machst du nur eine halbe stelle bist du bescheuert warum lässt uns hier hängen ja genau ja das kann 1000 ursachen haben bei 1000 menschen und zu sagen oh guck mal da kommt jetzt aber jemand der hat sogar ein maß dafür den intensivbereich das ist weder ein klugscheißer noch irgendwie jemand besseres das eine oder ein nerv von uns nur nur eine fortbildung mehr eine eine einfach eine andere noch eine andere zusätzliche qualifikation von der wir alle als team und vor allem unsere patienten profitieren unsere bewohner profitieren das ist auch management zu sagen meine lieben freunde wo liegt denn hier eigentlich unser fokus nämlich bei den menschen die wir versorgen ja bisher wenn du so ausdrückst ist es ja so gewesen der negative fokus lag auf dem patienten um gottes willen wir müssen das irgendwie hinkriegen wenn man den fokus dreht und wir können uns jetzt optimal um unsere patienten kümmern es gibt aber eine entscheidungsebene also ein management dazwischen dass du bist hier du arbeitest x stunden und es ist super dass du diese x stunden arbeitest und es gibt noch mehrere andere die arbeiten eventuell unterschiedliche stunden wir kriegen das hin das ist meine aufgabe wie wir das mit dem plan machen und und wie geht es dir heute so ein bisschen genau und jetzt kommt noch was dazu ja herzlichen glückwunsch du hast auch richtig gutes material für deine versorgung das muss auch eine selbstverständlichkeit sein dass es nämlich nicht nur zwei inkontinenz hosen gibt es in der seniorenversorgung für den und den bewohner gibt sondern du hast das was du brauchst du musst nicht mit dem letzten schrott irgendwie rein da irgendwas flicken du gehst ans lager nimmst dir was raus und das ist hochwertig das ist eine anerkennung das ist eine wertschätzung für den patienten und für die pflegekraft ja also für wenn man das jetzt zurück auf den kaufmännischen bereich kommen würden also für für kunden und angestellte sollte man das möglichst auch von den ressourcen her denken gibt es da auch also weil du das sagtest so das wäre ganz schön gibt es da auch sachen die die da gerade geändert werden oder ist das eine sache die auch wieder so eine sache ist von haus zu haus ist es total unterschiedlich und das wäre ganz schön und bitte hört auf meine worte weil das ist das wird euch on the long run wird euch das helfen weil also im grunde geht es halt ganz viel auch um digitalisierung dass zum beispiel eine pflegekraft im ambulanten pflegebereich muss zum klienten dort stellt sie fest der braucht eine neue verordnung für zum beispiel verbandsmaterial dann hat sie den ersten weg zum klienten gehabt dann fährt sie zum hausarzt um fest dort mit der sprechstundenhilfe festzustellen der arzt macht da noch mal seinen kürzel drunter dann fährt sie zum sanitäts oder haus oder apotheke oder wo auch immerhin lässt sich das dort ausstellen dann fährt sie wieder zum klienten um das dort abzugeben und das ganze macht sie für 20 klienten sag ich mal in einer sagen wir mal einer woche so und das kann nicht sein das kann nicht sein aus ökonomischen gründen aus 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 professionellen gründen nicht ich meine das ist eine pflegefachkraft die beurteilte eine wunde den art nie gesehen hat sie muss in der lage sein dass auf der a seite zu verordnen und auf der b seite so einfach und niederschwellig zu dokumentieren und wie auch immer zu beantragen dass sie nicht noch botendienste macht um einen zettel auf dem auf dem kugelschreiber krickel drauf sind also das ist das eine und das wird und das wird extrem sag ich mal auch gefördert das ist die die aber wie gesagt es muss wieder jemanden da geben der sich damit beschäftigt was gibt es für maßnahmen zur digitalisierung was gibt es für fördergelder was gibt es für also das muss auch wieder ein management machen das holen und in einem anderen bereich ist es dann zum beispiel auch dass in den senioreneinrichtungen wohl immer noch so ist dass zum beispiel inkontinenzversorgung festgelegt ist also wie viel also welcher bewohner bekommt wie viel das hängt dann vom pflegegrad ab oder von der stärke der inkontinenz und das ist zum beispiel im krankenhaus auch nicht so oder auch nicht im krankenhaus wird das genutzt was man braucht für den patienten und das sind ungerechtigkeiten die auch zum beispiel noch viel besser freigeschaufelt werden könnten ressourcen ich möchte jetzt so ein bisschen größer werden weil wir haben jetzt du hast jetzt gerade das stichwort digitalisierung genannt da sind wir gerade in einer spannenden zeit wir diese veranstaltung findet am 7 november statt ist gerade das digitale versorgungsgesetz im bundestag eingebracht worden ich weiß nicht das soll in den nächsten tagen entschieden werden das spielt da eine rolle auch auch also ist gerade eine aktuelle entwicklung was das angeht obwohl es da auch eher um die um die dokumentation geht von 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 patienten daten und von netzwerken zwischen hausärzten und kliniken und krankenkassen ja und das was du eben gesagt hast mit den verordnungen holen dass es gibt es da irgendetwas was da gesetzlich geändert werden müsste oder ist das halt auch ein trend okay da wir brauchen da jetzt mal in der ambulanten pflege quasi eine management ebene die sagt wir müssen uns jetzt darum kümmern dass dieses hin und her fahren mit eine sache passiert und plötzlich ist eine fachkraft die sich medizinisch super auskennt damit beschäftigt zettel von a nach b nach c genau da bedarf es halt eher einer verordnungsberechtigung ach so also dass man eine kompetenz ja zuschreibt dass also höhere ausbildung wird da sicherlich auch in irgendeiner form helfen aber dass eine kompetenz gibt ich kann jetzt hier auch entscheiden dass mal zehn vorlagen mehr verordnet werden und ich kann die abholen und benutzen okay die geschichte mit der mit der neuen pflegeausbildung mit der generalisierten pflegeausbildung ist auch ein gesetz das jetzt das vor kurzem erst verabschiedet wurde was jetzt sozusagen ab 2020 umgesetzt wird ja also ab 1.1.2020 geht das rein jetzt haben wir noch so auf dem zettel etwas wo ich auf jeden fall dich nachfragen wollte es gibt jetzt auch im raum steht dass reha und intensiv pflege stärkungs gesetz das ist etwas was eine auch eine eigenartige vorgeschichte hat also grundsätzlich gab es ja dann mal plötzlich so einen schwall an stimmung dass jens spahn eben gesagt hätte dass eben nicht mehr zu hause sozusagen intensiv gepflegt werden sollte und so dass sie sozusagen alle in einrichtungen sollen und das gab ja dann auch einen enormen aufschrei wo gesagt wurde also hallo es gibt ja auch beatmete kinder und es gibt ja auch beatmete partner und das ist ja nicht immer der alte oder schwerst behinderte mensch den man irgendwo hingeben so und dann ich glaube das ist ein versuch das irgendwie wieder gerade zu rücken das nicht jetzt sozusagen alle menschen die zu haben die zu Hause intensivpflichtig beatmen gepflegt werden müssen jetzt alle irgendwelche einrichtungen sollen oder alle nach hause sollen dieses extreme und das was jetzt davon übrig geblieben ist ist irgendwie eine eine eigenartige mischung aus ganz vielen meinungen und ganz vielen also da frage ich mich immer also das ist auch wirklich etwas wo ich sage wer hat denn da beraten oder wer hat denn da entschieden oder auf welcher basis wurde entschieden von welchen ergebnissen ich finde das ist ein sehr unglücklicher sehr unglücklicher entwurf okay ja also das war noch so weil es mich umtrieb und weil das auch eine interessante sache ist aber ich fasse noch mal ganz kurz zusammen wir haben jetzt gerade dadurch dass eine generation nachkommt die selbstbewusste auftritt und bock auf pflege hat aber nur bis zur vertraglich vereinbarten stundenzahl die sich professionalisieren kann und akademisieren kann zu teilen auf jeden fall professionellen professionalisieren komplett akademisieren zu teilen und die jetzt in den clash tritt mit denen die schon länger in der pflege sind aber die lösung dafür kann sein dass man eine management ebene einzieht und das mitbestimmung und nicht nur repräsentanz für pflege in häusern da ist weil häuser müssen anfangen attraktiv zu werden für die generation die jetzt ausgebildet werden wird weil die sind besser aufgestellt und können auch im team zusammen mit dem medizinischen personal und mit anderen therapeuten arbeiten das ist im moment die lage ich bin ein bisschen optimistischer was die unsere zukunft angeht nachdem wir dieses gespräch geführt haben das ist total schön ich auch ja also ich wäre mit dem wilden ritt und dem überblick was pflege zum jetzigen zeitpunkt bedeutet bedeutet einigermaßen durch und ich habe jetzt keine uhr dabei aber wir sind hätten vielleicht noch ein paar minuten deswegen schaue ich mal in die runde wenn jemand vielleicht die ein oder andere frage stellen möchte ansonsten kann man das also jetzt hier vielleicht zwei drei wort beiträge dann diskutieren wir das noch kurz aber ansonsten machen wir gleich feierabend und man kann auch noch so privat nachdem hier mikros aus sind und so natürlich mit uns quatschen und über diese sachen sprechen hätte jemand eine frage die frage muss ich kurz wiederholen weil da kein mikro ist damit die podcast hörer innen das auch mitbekommen also wie soll fle wie soll digitalisierung in der pflege funktionieren weil die menschen die dort arbeiten unter umständen nicht den besten umgang damit haben beziehungsweise auch die hardware die in einrichtungen vorhanden ist veraltet ist beziehungsweise der fragesteller hat sich ausgedrückt das läuft auf windows 95 habe ich das gut zusammengefasst super dann antworte ich jetzt auf zwei ebenen einmal auf meiner naht also zeitnahen wahrnehmung was ich glaube was notwendig ist weil da es ist eine sache auch der der führung der geschäftsführung der personalführung des managements des pflegemanagements zu sagen das und das brauchen wir das und das ist notwendig und das müssen wir implementieren und integrieren weil auch da die generation die jetzt kommt die ist absolut affin mit medien mit digitalen wird digitale hardware die legen darauf wert das ist ihnen wichtig und auch da wieder es darf keine unterschiede mehr geben zwischen einer intensivstation die quasi smart funktioniert und einer altenpflegeeinrichtung wo noch immer der arzt irgendeinen krakel machen darf der dann irgendwie interpretiert wird das darf es nicht mehr geben und auch da muss ich müssen sich geschäftsführungen zu aufstellen und da müssen die jetzt auch einfach mal die zähne zusammen beißen und mitdenken und mitmachen und auch da braucht es dann ein pflegemanagement was wiederum die mitarbeiter mit ins boot holt und die entsprechend anleitet und führt es wird die leute geben die das gut können und die vorpreschen und es wird die leute geben die man auch ganz 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 individuell dann mit begleiten muss und auch da irgendwie abholen und und ins boot holen und das ist wieder eine sache der führung also auf der einen seite eine sache der tatsächlichen finanziellen zur verfügungstellung aber auch des mitmachens und wenn ich als wohnbereichsleitung oder pflegedirektion einer senioreneinrichtung muss ich mich auch stark machen für eine gute dokumentation und für eine gute digitalisierung und wenn ich mir eins wünschen würde dann wäre es wenn wir eine bundeseinheitliche dokumentation hätten in der pflege auf einheitliche art und weise abgebildet wird niederschwellig auch angeklickt und abgekreuzt werden kann für sachen die tatsächlich zeitnah und in echt passieren so was was du ansprichst wäre dann also dokumentation von einer protokollebene her dass also quasi ein ein format vorgegeben also ist was alles drinstehen muss und wie pflege muss ja abgebildet werden ja und da gibt es bestimmte mess ins to assessment instrumente die die wieder mal die krankenkassen überprüfen und die krankenkassen dann entscheiden wie viel geld sie denn dann jetzt noch zur verfügung stellen nach dem was für einen bestimmten pflegeprozess zum beispiel für einen bestimmten pflegeprozess oder für ein bestimmtes krankheitsbild oder für eine bestimmte patientensituation oder bewohner situation und die instrumente die es bisher dafür gibt die kann man sich als skala vorstellen die dann auch so angekreuzt wird zum beispiel ist bettlägerig muss so und so oft gelagert werden braucht die und die unterstützung für ernährung das ist also wie gesagt das geht auf jeden fall besser und auch das und auch das ist etwas was was pflege noch nicht geschafft hat und dringend tun muss sich abbilden sich zeigen das hat ne was auch mit wertigkeit zu tun was hat der patient heute erhalten von der entsprechenden kraft und das muss dann auch bezahlt werden und dafür würde ich mir wünschen das ist im moment kreuz und quer und die einen dokumentieren so und die anderen so und die anderen gar nicht und also es ist wirklich nicht nicht einheitlich nicht wirklich darstellbar nicht wirklich ablesbar und auch da wieder der der die besten kniffe kann kriegt ihm den besten draht zu den krankenkassen hat kriegt die meiste kohle also das ist wirklich ganz 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 fies und sehr unterirdisch also es ist auch zweigeteilt es geht nicht nur zwangsläufig das wird ja nicht alles besser nur durch eine digitalisierung sondern es wird dann besser wenn man digitalisierung vernünftig einsetzt mit aber einer besseren struktur und einem neuen selbstverständnis ganz genau also stationsleitungen oder pflegedienstleitungen sind häufig aus dem beruf und sind nach oben geschubst worden und haben keine ausbildung in personalführung und all diesen sachen wie kann man da so etwas wie management erwarten gruselige vorstellungen dass man jemanden in einer führenden leitungsposition mit einer hohen anzahl von personalverantwortung sagen wir mal 28 menschen mit also wirklich mittelständisches unternehmen fragt und wie bist du führungskraft geworden wollte kein anderer ja das ist tatsächlich gruselig gruselig unverantwortlich realität regel oder war halt irgendwie an der reihe weil ich am längsten im team war oder weil ich wie auch immer das schon die und die gut kennen oder oder um ganz ehrlich zu sein es gibt zwei möglichkeiten sich da auch da weiterzubilden es gibt ein weiterbildungskurs das ist ein weiterbildungskurriculum womit man dann sozusagen eine gewisse fachlichkeit vermittelt bekommt oder man kann eben auch da studieren zum beispiel pflege management oder zur not auf pflege wissenschaften also nicht zur not sondern auf pflege wissenschaften und was da aber total fehlt und auch da sage ich müsste das komplett reformiert werden es müsste anhand eines screenings erstmal der bedarf also was muss was muss eigentlich eine management person mitbringen an kompetenzen an fähigkeiten an fertigkeiten was brauchen wir für diesen bereich und dann muss anhand von schlüssel kompetenzen ausgebildet werden und so müssen führungskräfte im pflege management wachsen und entstehen und nicht anders bräuchte eigentlich eine mindestanforderung an führungskräfte kam noch mal gerade aus dem publikum aber das gehört ja auch zu einem neuen selbstverständnis und zu einer professionalisierung ja so ich gucke da drüben wird sich noch gemeldet die frage ist wie kann das mit der digitalisierung vorangehen es gibt seit kurzem die dsgvo seit kurzem so hast du dich nicht ausgedruckt es gibt die dsgvo die besondere besonderen schutz von gesundheits- und krankendaten von menschen erfordert und das wie kann das einhergehen mit einer pflege die sich professionalisiert und auch in der digitalisierung fit ist das ist wirklich eine sehr 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 schwierige frage weil wir da schon in deutschland unglaublich tief verstrickt sind und das ganze bereiche mit umfasst die leider die pflege überschreiten das ist ja ein bereich der sehr sensibel ist und ich glaube wenn wir ein ganz jungfräuliches gesundes system hätten was fernab von wirtschaftlichkeit oder was auch immer haben dann wäre das ganz einfach dann würde das eine gesundheit eine digitale gesundheitsakte geben und darauf könnten dann sozusagen autorisierte personen wie krankenhäuser ärzte pflegekräfte usw zugreifen und eine einheitliche gut aufeinander abgestimmte patientenversorgung gewährleisten da sind wir aber sowas von weit weg weil es bei uns da steckt so viel wirtschaft drin da steckt so viel so viel unterschiedliche interessen drin im moment ist es ein albtraum es wird um jede datei die oder jede die alle daten die man die kleinsten daten die man da gerne drinnen hätte gefeilscht und dann gibt es die ganz großen datenschützer die das glaube ich auch sehr sehr extrem verteufelt sehen dann gibt es die interessenten die sagen man aber es wäre doch einfach gut wenn person x nicht zu 25 ärzten gehen kann oder auch gar nicht zu 25 ärzten gehen muss weil einer auf alles zugreifen kann und dann auch schon rückschlüsse ziehen kann die auch der gesundheit fördern also es ist schwierig ganz 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 schwierig und im moment ist es eine albtraumhafte vorstellung wie woher kommt dieser furchtbare albtraum also größtenteils daraus wie das system jetzt schon aufgebaut ist bei den krankenkassen du hattest das eben schon mal gesagt dass viel von den daten auch bei den krankenkassen er liegt und da eine entscheidungsfindung ist das trägt auch dazu bei weil wir keinen vertrauen also es ist kein grund da um bedingungsloses vertrauen zu haben um jetzt erstmal eine ganz neue nackte füllbare akte zu entwickeln also es gibt ja zum beispiel andere länder nachbarländer dänemark da ist die krankenkasse ja über den staat sozusagen implementiert und da gibt es eine digitale gesundheitsakte und da steht alles drin vom letzten zahnarzt besuch über krankenkassen beiträgen wie auch immer und das ganze land hat damit kein problem und deshalb passiert auch gar nichts aber vor allem auch weil die krankenkasse staatlich ist die krankenkasse staatlich ist und kein gewinninteresse genau genau das ist dann der unterschied hier in deutschland haben wir wirtschaftsunternehmen keiner dem annahmen also nicht ganz unberichtigt würde ich würde ich sagen ja genau also deswegen es ist schon ziemlich vermust also ja das mit dem ding ist das eine zufriedenstellende antwort gut so haben wir noch eine frage weil jetzt nähern wir uns gleich der 90 minuten ja bitte die frage war für einige bereiche in der stationären pflege für das waschen für das essen geben braucht man keine dreijährige ausbildung und fertig ausgebildete also examinierte pflegekräfte könnten theoretisch auch blut abnehmen aber warum wird das so nicht gemacht war die frage eine sehr sehr schöne frage auf die ich jetzt sehr sehr ehrlich antworten antworten werde bitte weil es einfach diese dann des dünkel gibt also es gibt ein ärzte möchten nicht das pflegende blut abnehmen weil dann könnten sie ihnen ja ihre rolle wegnehmen ihren ihren rahmen ihre verantwortung pflegekräfte denken dass pflegehilfskräfte nicht gut genug waschen oder vielleicht sie ersetzbar machen plötzlich braucht man nur noch pflegehilfskräfte und gar keine examinierten krankenschwestern mehr das hauptproblem ist das rollenverständnis weil wenn ich nämlich ein es gibt auch wieder bereiche wo das schon gut funktioniert da arbeiten pflegehilfskräfte mit serviceassistenten mit examinierten krankenschwestern mit akademisierten krankenschwestern mit ärzten alle durcheinander gut gemischt im sinne des patienten aber die überwiegende mehrheit ist tatsächlich berührungsängste und fehlendes rollenverständnis da wo gutes management auf ein sicheres rollen verständnis trifft kann sowas nämlich wachsen weil dann muss die examinierte krankenschwester keine angst haben dass da irgendwas ihr weggenommen wird oder sie nicht mehr wertgeschätzt wird wenn sie sich nämlich plötzlich nicht mehr bis zur erschöpfung aufarbeitet oder dass sie zutraut jemand anderes kann den patienten auch gut waschen und da gibt es viel also das bedarf auch wieder management dass es pflegehilfskräfte gibt die sich nicht wie das letzte glied der kette fühlen oder wie das fünfte rad am wagen oder wie die jetzt hätte ich beinahe gesagt wie die putzfrau aber da sind wir wieder beim rollenverständnis ja putzfrau ist ja nichts schlechtes also deren rollenverständnis von reinigung service hygiene ist eigentlich unabdingbar und trotzdem passiert selbst mir die da so viel wert darauf legt dass man in also das rollenverständnis ist und bleibt das a und o und da wo ein gesundes rollenverständnis herrscht da haben auch da macht auch logik dann da hat ein logik platz weil es ist ganz 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 richtig man muss nicht drei jahre sämtliche krankheitsbilder lernen um dann 90 prozent des tages zu waschen okay beantwortet seine fragen weitere ansonsten würde ich nämlich jetzt gerne danke sagen sabrina danke dass du mit mir hier und mit uns ein bisschen geredet hast über pflege mal ganz grundsätzlich betrachtet ja und an dieser stelle ist der podcast vorbei liebe hörerinnen und hörer herzlichen dank einen schönen abend noch will trinken jetzt ein bisschen bier und quatschen noch ein bisschen hier ist noch mal andré nach der live veranstaltung liebe hörerinnen und hörer herzlichen dank dass ihr euch die folge bis hierher angehört habt und wenn ihr wollt schreibt einen kommentar auf mgg punkt andré unter die folge die folge die folge die jetzt hier gehört habt als podcast wird auch als video auf youtube veröffentlicht wo man dann sehen kann wie unser live zeichner roland brückner immer weiter an der zeichnung arbeitet und dann ist der ton vom podcast da hinterlegt das bild findet ihr das fertige bild findet ihr auch in den show notes ja und ich würde mich sehr darüber freuen wenn ihr den podcast mgg oder die folge bei itunes bewertet da müsst ihr nicht groß eine rezension schreiben sondern da reicht es einfach wenn ihr am besten die fünf sterne anklickt das wäre ganz toll also ihr müsst nicht mal was dazu schreiben aber so eine bewertung hilft echt weiter dass andere menschen das finden ja und fühlt euch auch eingeladen diese folge hier zu teilen in ein paar tagen kommt die nächste folge direkt raus das ist das gespräch wo ich mit sabrina unter vier augen zusammensitze und wir darüber reden woher sie all diese dinge weiß und wie sie ihre meinung gebildet hat als was sie arbeitet und wo was sie da gemacht hat und was ihre augenblicklichen tätigkeiten sind und so weiter und so fort und auch wie wir uns kennengelernt haben und warum ich sie eingeladen habe das gibt es in einem ausführlichen gespräch in der nächsten folge mit sabrina ich weiß noch nicht genau wie ich das nenne vielleicht mal ganz grundsätzlich pflege zur person werdet ihr dann sehen und ja würde mich natürlich auch freuen wenn ihr euch diese folge dann ebenfalls anhört ein wunderschönen tag wünsche ich euch macht's gut bis zum nächsten mal tschüss